Herzlich Willkommen Leute! Nicht erschrecken, wenn das von einem Schlag zum anderen jetzt was anderes ist. Ich habe mich dazu entschieden, weil die letzten Aufnahmen, die waren halt so langweilig, naja, mehr oder weniger, dass ich mich da so entschieden habe, jetzt eine neue Session dazwischen zu klatschen einfach. Und ja, mal eine neue Session dazwischen zu machen, weil ich habe einiges geändert. Und ja, deswegen ist das jetzt auch anders und ja, also nicht wundern. Deswegen würde ich erstmal euch das Warten ersparen und sagen, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Hier ist unser im Special, in der Special Aufnahme erstelltes Wuffelhaus, was ich ganz schön verkackt habe. Eigentlich, ich hätte da, da war ja noch ein Kopf zwischen, den habe ich vergessen. Das, oh ja, alles. Ja, ich habe ja einiges geändert, Leute. Ich habe ja, wie gesagt, haben wir hier einfach eine neue Stadt. Und, ähm, mit sehr vielen, ja, mit sehr vielen Leuten, mit denen man auch interagieren kann, die man selber auch kennt oder kennen dürfte. Und, ähm, nein, nein, nein. Ich will hier nicht spoilern, wenn ich hier auf Dingses gehe. Ich weiß aber nicht, wo der Rangie wohnt jetzt hier. Das habe ich mich schon wieder vergessen. Wo ist denn der Gronkh, Alter? Haushalt wählen. Wir machen, wir machen erstmal bei den Rangies weiter, weil ich habe da was vor. Achso, wenn ich das noch nicht gesagt habe, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Die Sims 3. Und, ja. Zu einer völlig neuen Runde, sage ich mal, weil ich habe ja alles geändert. Natürlich, die Leute habe ich jetzt übernommen in der neuen Stadt und so. Ist jetzt alles so... Es hat sich quasi nur die Stadt geändert. Sonst ist alles so geblieben wie bisher. Alter, was ist denn hier los? Rumpel! Was machst du? Rumrennen oder was? Kaum. Ich interagiere nicht so viel mit sich selber, also selber mäßig. Verwundert mich. Na gut. Ja, ich kloppe immer auf meine Maus rum. Das ist ganz normal. So, der Rumpi. Was hat der da? Da ist es 5. Wieso 5? Gewöhnlichen Trinkbesch... Wo ist der denn? Wolle? Wo sind die? Oh. Was? Wo sind die denn? Sind die zu Besuch? Oder ist das eine... Ist das eine Bar oder was? Voll verwirrt. Gerade. Vollkommen. Wo sind die denn? Ist das eine öffentliche Bar? Achso! Ein Salon! Achso! Wollte ich schon sagen. Hä? Was ist denn hier los? Äh. Was ist das denn? Genau, ja. Berling. Ja, der Gron... Was hat der so? Man muss ja wieder arbeiten. Hm. Ja, ich will nicht die Fähigkeiten sehen. Ich will nicht, wenn er arbeiten muss. In 15 Stunden. Wie sieht er schlaftechnisch aus? Ja. Der kann aber nach Hause, weil der Hunger hat. Nach Hause, Bengel. Der zockt da eine Runde. Der Walle. Wer macht denn gerade ein Art-Card-Game? Let's play. Äh. Ja. Nicht. Verwunderlich. Der kann aber auch noch nach Hause. Sorry. Alter, die Mucki geht mir so auf den Brenner. Was ist das für ein Schild? Ja. Kann ich sehr schön lesen. Das ist ja herrlich. Was ist das? Ach, das ist die Disco, ne? Alter, wir klatschen da eine Disco hin. Ach ja, ich. Hahaha. Was ist das denn? Ähm. Was? Afrikanischer was? Was ist das? Ach so, ein Vogel. Ach gar. Ein Guapa-Papagei. Das ist ja geil. Ach so, eine Lampe. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin Lampen nicht gewöhnt. Ich, äh. Ich bin Lampen nicht gewohnt einfach. Ach, deswegen wundere ich mich, warum da eine Lampe steht. Keine Kita-2-Optik. So. Der Grönkel, der kann erstmal... Oh. Ne. Das macht Walle. Nicht wieder Katastrophen. Das soll jetzt nicht wieder in der Katastrophe enden. Und ich musste gerade mal eine kleine Pause machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja. Alter, der rumpelt Hunger. Folgen. Wieso Objekt bewachen? Du sollst retten. Du sollst futtern. Wieso? Wieso kannst du denn nicht futtern, Alter? Äh. Hä? Hä? Anbellen. Alter, was... Hä? Entschuldigung, aber... Entschuldigung, aber... Alter. Warum? Verstehe ich nicht. Hä? Mal ganz ehrlich, was... Was? Das will ich gar nicht wissen, weil... Also... Ach, das liegt mich doch am Arsch. Was? Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde dir... Ach, das ist... Ich werde dir auch nicht mehr so viel vorlesen. Das tut mir leid, weil das... Nimmt so viel Zeit in Anspruch. Warum zur Hölle? Kann er... Dann kaufe ich einen neuen und... Mach da Futter rein. Alter. Was soll denn das? Hä? 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 Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist mir ein... Das ist mir ein Rätsel. Weil den Rumpel jetzt nichts fressen kann. Äh... Ne? Ich meine dann... Weil war da auch leer. Ich weiß das nicht. So, Gronkh. Du kannst erst mal... Funktionieren tut der Napf, aber... Füttern? Er kann den... Er kann den Napf füttern? Was? Ich will... Hä? Ist das neu? Ach so! Na, das ist ja super. Kann er ja dann machen. Hoffentlich geht das auch. Sag, Mario! Duba! Alter! Den Futter, was? Geh weg! Huuuuhu, Kuslu! So! Äh, der denkt an... Smaragde oder Diamanten? Na, egal. Der soll nicht an Edelsteine denken. Ja, kann mal... Kann er eigentlich einen Edelstein mal in die Schüssel drücken? Ja. Drück mal einen Edelstein in die Schüssel. So. Und dann kann Walle was kochen. Servieren! Fischen Chipsen? Nein. Äh, pf... Jörg. Mastemmer Makaroni, das reicht. Der rummelt sich ganz gut aus. Ach, der ist sozial ganz schön wenig, ne? Ähm. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Na, erkennt ihr die? Erkennt ihr die? Alter, wie geil ist das denn? Kommt gleich mal eine vorbei, die... Naja. Einen gewissen Kultstatus hat. Alter. Geil! Ich freu mich gerade. Ich kreisgrinsen gerade. Wie geil ist das denn bitte? Na, wer ist das? Warte mal. So. Na? Hier. Lara Croft. Ich hab... Ja, ich hab Lara Croft drin. Auch Waffenholster und alles. Waffenholster und... Magazine und Granaten und Bomben und so. Und das... Alter, ich find das so geil. Huch. Ich find das so herrlich einfach. Das ist ja geil. Alter, die muss ich begrüßen. Der Gronkh ist ja... Was? Der Gronkh ist ja fertig. Begrüßen? Alter, der kann jetzt mal Lara Croft begrüßen. Alter, wie geil ist das denn bitte? Ich find das so herrlich. Das feier ich grad so ein bisschen. Das... Grimbo. Hey, Lara Croft. Hey, Lara Croft. Oh. Dann mal. Nein! Nein! Ähm. Ach, ich weiß nicht, wie ich die Stimme von Lara Croft machen soll. Weil ich will jetzt wieder interagieren, weil ich find das besser, weil es ist einfach... Es ist unterhaltsamer. Aber ich weiß immer nicht, wie ich die Stimme machen soll. Das ist mein Problem immer dabei. Der Rumpel, der futtert noch. Ja, danach. Walle und so hat ja keine Zeit. Ja, das mach ich mit dem. Das werd ich nachher mal sehen. Der wird ja noch kochen. Alter, wie ich das feier' gerade. Ist ja unfassbar. Freundlich. Kennen die an? Was? Von Natur aus freundlich. Es fällt ihm leicht neu. Alter, es ist... Es ist mir klar, weil ich... Ja, es kommt jetzt immer, weil ich das neu gemacht habe. Ihr könnt das ja lesen, aber ich will jetzt nicht vorlesen. Das ist mir zu viel. Kenyan. Ja, hab ich die schon kennenlernen? Oh. Freundlich plaudern. Ich weiß nicht, wie ich die Stimme machen soll. Egal. YOLO. Magst du was zu essen? Ja. Ja, ich mag, wie das ist. So richtig geil. Ja, aber das Essen schmeckt richtig geil. Das macht der Walle... Ach nee, macht das der Walle gerade? Weiß ich gar nicht. Ja, aber... Ja, aber das Essen schmeckt aber besser. Ja, aber das Essen, was Walle macht, ne? Das ist so super. Ich kriege das immer nie hier hinten, weil der Ofen mir abbrennt. Aber ist der Baut mal fertig da? Alter, baut er ewig. Oh. Er ist aber... Ist er denn fertig? Entschuldigung. Ach man, hier ist so viel gerade los. Ich finde das geil, aber wenn hier so viel los ist, dann... Lera... Hält Gronk für lustig. Oder gesellig. So. Der nimmt sich eine Schüssel, genau. Kann Gronk auch mal gerade machen. Schüssel nehmen. Oder kann er... Kann er zum Essen rufen? Kann er dir was anbieten? Haushalt zum Essen rufen? Hm, schade. Kann er die reinbitten? Kann er die rein? Nach drinnen einladen, genau. Das ist schön ohne... Oh, sie wäre es. Oh, sie wäre es. Das ist echt schön. Hey, willst du reinkommen? Ja. Er denkt an Sonnen. Das ist ja mal schön. So, der Rumpel. Was kann er Rumpel machen? Der kann hier rumrumpeln. Haha. Oh mein Gott. Ähm, ja. Was kann er Rumpel machen? Ich habe da jetzt... Kann er jetzt nicht so viel... Da ist jetzt nicht so viel Unternehmensstauraum, sage ich mal. Was der jetzt so machen. Kann er eigentlich schon mal... Ich meine, ich habe ja was vor. Was? Das Gelände sieht auch wirklich fast so aus wie bei den gewissen Leuten, die ich hier reingemacht habe. Oh. Außer, dass die Säule irgendwie deplatziert wirkt. Sehr deplatziert. Naja. Kann man ja ändern irgendwann. An Tür kratzen. Weil der braucht soziale Interaktion nicht, dass der Rumpel den Ranges weggenommen wird. Das wäre sehr bitter. Was sagt der Briefkasten? Briefkasten ist alles super. Ähm. Ach. Ne. Alter, was ist denn hier los? Alter. Rennt hier Voldemort vorbei. Wie geil ist das denn? Alter, wie geil ist das denn? Oh Mann. Hier rennen so viele Leute rum. Die man kennt einfach. Rennt hier Voldemort rum. Alter. Wie geil. Wie krass. Kommt der jetzt auch her, oder wie? Alter, das ist wieder Oberhammer. Aber ich hätte überhaupt keine Zeit. Ich hätte überhaupt keine Zeit. Ähm. Soll... Ach so. Zum Essen rufen. Gäste. Gäste. So. Ach so. Kann der ja gar nicht. Hm. Das ist ja blöd. Weil... Obwohl, es geht eigentlich trotzdem. Ich kann das ja in der Hand nehmen. So. Und dann kann er sich selber was nehmen. Sag nicht, der kommt hierher. Ne. Wäre zwar geil gewesen, wenn Voldemort auch an die Tür geklingelt hätte, aber... Ah. Der Kron muss so essen. Oder er setzt sich an einem anderen Tisch. Aber die hätten sich auch alle nach draußen setzen können. Das ist ja blöd. Ach so, der Rumpel, der rennt ja zu den Schlümpelz. Der Walle. Und wann muss die eigentlich arbeiten? Walle. Ach, in zwei Tagen. Die hat er frei. Okay. Nein, ich hätte jetzt Walle Zeit. Der kann sich ja mit Levercroft ein bisschen anfreunden. Aber ich weiß nicht, ob das so geht. So, äh... Aber erstmal kann er den aufräumen. Dann kann er die Reste wegstellen. Seine Reste. Na, die können noch warten. Äh... Ich will erstmal den Rumbi verfolgen. Ob das auch wirklich klappt mit dem, was ich vorhabe. Das weiß ich nämlich nicht genau. Das kleine Mittelstandshäuschen hier. Alter, ich höre die schon. Ich höre die schon. Aus dem Haus raus. Alter. Krass. Juhu. Ja. Alter, die... Alter, wie habe ich denn die Küche designt? Oh. Alter, wenn Gronkh das sehen würde, der würde mich erschlagen bei der Küche. Alter. Ich meine, sonst habe ich... Es soll ja... Ne. Alter, was ist denn hier los? Was? Alter. Was zur Hölle? Das ist schon Mila Jovovich hier. Also, das ist die Darstellerin aus Resident Evil. Also, von den Filmen her jetzt. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist doch krank, was hier abgeht. Na gut, ich habe hier so viele neue Charaktere reingeknallt. Ne, also... Ja, die wird man ja von den Gronkh-Let's Plays kennen, die Frigadeller. Alter, was macht die Mila Jovovich hier? Alter. Ist ja unfassbar. Und dann noch bei den Schlömpels. Was ist denn hier nicht richtig? So eine Berühmtheit würde doch nie zu den Schlömpels gehen, einfach. Alter. Von dem, wo sind die Kinder? Alter, wie ist denn das? Alter, es ist 20.15 Uhr und die Kinder sind immer noch nicht zu Hause. Was ist das für eine Rabe-Mutter? Meine Fresse. Entschuldigung. Aber da kann man sich ja nur aufregen, einfach. Ist die noch da? Oh. Die ist noch da, dann... Er muss ja auch bald wieder arbeiten, oder? Elf Stunden. Jo. Freundlich plaudern. Freundlich tagverschönern. Freundlich. Äh. Ja. Von meiner Haus schwärmen. Neu ist es ja nicht, ne? Wir schmuten. Tratschen. Oh, come on. Von der Walle. Der ist auch sozial, ne? Der kann eigentlich mit, äh, mal, ne? Wenn, wenn da schon volle Hütte ist hier, ne? Dann kann er auch mal zu den Schlömpels rüber. Da kann der Walle mal auch mal wie ein bisschen, äh, ne? Und so. Mal die Nachbarn begrüßen, einfach. Oh, was haben wir da näher? Mh, ein Lecker.